Karl-Heinz Hartmann war einer der unbestrittenen Publikumslieblinge im Südwesten. Er war irgendwie unser aller Bürgermeister. Und wie kein Zweiter hat es mit seiner feinen Beobachtungsgabe und seinem wunderbaren Humor geschafft, dem Volk auf die Gosch zu schauen. Und für seine Verdienste um die Mundart und um die Regionalkultur wird der SWR Karl-Heinz Hartmann immer dankbar sein.